Servus, ich grüße euch und schön, dass ihr am Start seid. Ich zocke heute eine Runde Valorant. Warum? Weil ich ganz schön bad bin, also ziemlich, ziemlich schlecht bin in dem Spiel. Und ich denke, das könnte ganz lustig werden, aber mein Ziel heute ist, besser zu werden. Und da dachte ich mir, wie wird man vielleicht ein bisschen besser? Und kam auf die Idee, Bestrafung, Schmerz, so wie früher in der Schule zu alten Zeiten. Wenn du verkackst, bam einen in die Fresse, aber ich hau mir selber keinen in die Fresse. Ich habe mir schöne gute Chili gekauft. Ich habe leider erst im Nachhinein gemerkt, ihr seht, es steht hier drauf, mild bis mittelscharf. Erst gesehen, als ich zu Hause war. Ich bin aber sehr, sehr empfindlich, was Schärfe angeht. Und dementsprechend hoffe ich jetzt einfach mal, dass es sich trotzdem irgendwie in meinem Mund bemerkbar macht. Ich habe übrigens kein Sponsoring mit Revo oder so, nur zur Transparenz wegen, als die 75 Cent, was es als reduzierte Ware gekostet hat, musste ich selber bezahlen. Ich habe Bock, wird ein geiler Stream. Let's go! Mh, schön Air-Up. A-S-M-R für euch am Start. Das ist doch alleine schon mal ein Abo wert. Hello, hello, hello. Hallo. Hi. Oh, der Süße. Oh, was ist denn das? Bruder! Das hat mich angefickt. Nein! Die checkt es nicht. Ja, Alter, ich bin übelst gut. Bam, Alter, in die Fresse. Alter, was war denn mit der Runde jetzt los? 4-1. Ach, komm, wir holen mal ein Stimpack. Wir haben so viel Kohle, könnte ich fast überlegen, irgendeine Brücke abzubauen, so eine historische, um mit meiner Yacht durchzukommen. Das ist ja gar kein Problem. Für Mula. Ah, Alter, das ist zurzeit so ein Ohrwurm des Todes. Ich weiß weder, was Mula ist, noch wonach es riecht. Für Mula. Wo ist denn meine Waffe? Ich habe doch... Hä, ich bin doch gar nicht gestorben. Ich habe doch Geld ohne Ende. Wo ist denn... Hä? Hä? Oh, ich habe den trotzdem fast geholt. Ne, fast. Ah! 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 Was war denn das? Dafür... Oh! Platziert. Klicke bei B gesichtet. Kacke. Nein! Ah, Mann! Warum lade ich denn Nage? Ich bin so ein Spinner. Oh, was ist denn mit meiner Nase? Jet, du warst wie der Wind. So mächtig. Jeff. Ich heiße Jeff. Jeff. Ja, ich auch. Wir warten alle, du... Spieler. Ah! Jetzt wird's getrunken. Ah! Gott, ich höre... Tausend Schritte. Bam! Wieder in die Fresse. Aber ich haue jetzt hier einfach den Spike hin. Warte mal. Hier vorne haben die immer alle hingehauen, oder? Irgendwo hier? Ich glaube, das war falsch. Letzter Leben der Verbündeter. Spike in B. Hallo? Sky Flanken. Was? Zwei Flanken? Wir sind ja nicht bei FIFA. Ich bin so schlecht und ich hab's trotzdem. Nein! Nein, ich wusste es. Aber da war auch einer. Warum kommt denn der nicht vor, wenn ich da oben... Ah, ja. Kommt der nicht vor, der war völlig überfordert, Alter. Schön. Einfach hin und her zappeln. Bam! Hockby. Vorhin hast du mir in die Fresse gehauen. Jetzt bin ich's. Hockby. Ein Gegner übrig. Alter, hast du den gesehen? Let's finish. Also, das war ja... Skill sein Urgroßvater. I have 90. Schön. That's what I want to hear. My friend. Ah! Jawohl! Wie ich ausweiche, wirst du... Mann! Ich bin der Beste. Kann ich der Beste sein, wenn ich fucking schlecht bin? Ich... Ah! Nein! Bitte nicht. Jetzt kriegst du doch mal eine für den Ehrgeiz. Nee! Wir werden eh verlieren. Es steht 1-4. Das war's. So, Freunde. Ich würde sagen, gleich eine rote, ne? Oh, Bruder. Oh, mir brennt die Schnauze. Oh, ho, 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 ho. Hm. Ah! Oh! Hä? Hä? Ist gegessen. Oh, ho, ho, ho. Uh! Ah! Oh! Oh! Ah! Ah! Ich trinke einen Schluck, auch wenn's dumm ist. Oh, Entschuldigung. Das war die Chili. Aber hey, das hat motiviert. Mit brennender Fresse geht's direkt weiter. Hey, das Ding wird doppelt bereuen. Morgen früh gibt's da ein Video von mir auf den Klo. Ah, warte mal. Ich hab da hinten irgendeine Spinne. Ah, jetzt ist sie weg. Ein Gegner übrig. Hab dich. Er ist nicht in Lauf. Spike platziert. Ah! Wo ist der Spike? Hier. Jawohl! Wir haben's geschafft! Juhu! Alter, da hat er's gemanagt. Die erste Runde, die wir gewinnen. Geht auf meinen Nacken. Ja, komm, Dinger. Was sollst du denn da machen, ey? Ficken. Entschuldigung. Lass den Himmel leuchten. Ach, Mann! Letzter Leben, wieder verbündeter. Das ist auch so richtig ärgerlich, ne? Wenn du die ganze Zeit guckst, guckst du auf diese Ecke und denkst dir, ja, jetzt, jetzt, jetzt. Guckst du eine Millisekunde rüber und bam, kommt der Gegner. Ich nehm immer den Spike, weil ich der Schlechteste bin. Das ist wie beim Fußball. Muss der Schlechteste immer Torwart sein. Ach, Mensch, warum sind denn die so crazy unterwegs, Alter? Jetzt holen wir mal ne Runde. Ey, wir haben gut aufgeholt. 7,9. Ah, es ist wirklich... Ne, ich lauf da nicht mehr rein. Leute! Bam! Ja, eine Runde. Letzter Leben, der Verbündeter. Nein! Doch! Aha! Ja! Gott, hätte es jetzt verrutscht. Kurz vergessen, dass es Einzelschuss ist. Wer kennt es nicht? Zweimal Einzelschuss gemacht und dann wollte ich dauernd Feuer. Fuck! Oh Gott, das sieht nicht gut aus, was er da zusammenspielt. Das war's gleich. Drei. Zwei. Eins. Ah, komm, eine Sekunde verschätzt. Oh Gott. Ah, ihr wisst, was es bedeutet. Schön lecker Gurkensalat. Geil. Aber vorher gibt's die Chili. Boah, das war viel. Oha. Also entweder braucht die richtig lange. Warum geht die? Wie kannst du essen? So ist es unter dir. Die sah dunkelrot aus. Ich dachte, die ist schlimmer. Uh, jetzt beim Reden. Boah, naja, ich hau mir das letzte Stück jetzt noch rein. Komm mal. Okay. Nice. His Satch. Hello. Hello. Hello, hello, hello. Hello, hello, hello. Hahaha. Haha, nice. Okay, let's go. Okay, let's go. Hahaha. Einzelschuss, Einzelschuss. Ich muss dran denken. Ah! Letzter Leben der Verbündeter. Bruder. Ihm laufen. Direkt weggesnaped. Sniped. Das kann's da wirklich nicht sein, dass wir heute drei Matches zocken. Nicht ein einziges gewinnen. Okay, guck da mal. Sie springt erst fünfmal hin und her, bevor sie überhaupt mal anfängt auf mich zu schießen und macht trotzdem direkt einen Header. Ah! Bam! Ha! Hast du es gesehen? One-Tap-Headshot. Gut, ich stand da mit dem Rücken zu mir. Aber trotzdem. Erwischt! Mann, ich wollte nur mal in Ruhe dieses scheiß Tor aufmachen. Schade. Schade. Okay, jetzt wird's schlecht. Wirklich, der holt den nur mit dem Messer. Wir hauen uns jetzt die rein. Oh, ich hab kaum noch was zu trinken. Oh, ich hab keinen Bock. Ich hab gar keinen Bock. Ich hab gar keinen Bock. Ah! Oh! 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 Uh, weißt du? Oh ein bisschen ... Oh ... Oh ... Oh ... Oh ... Ah ... Ah ... Oh wasser ... Oh ... Oh ... Ah ... Oh, heilt die Fresse. Es hört nicht auf. Oh, scheiße. Oh Gott, noch so einen ganz kleinen Spuckriss-Gurken-Salat. Oh. Oh, alter Späte. Das war zehnmal so schlimm. Wie die erste. Also, Park, in dem Moment sagt meine Apple Watch, nimm dir einen Augenblick Zeit, um zur Ruhe zu kommen. Boah, das war ziemlich dumm. Für Mula, hört sie auf. Wenn du spielen willst, nie wieder Chilis.